Ja, willkommen bei BESCAM TV. Ich teste heute sozusagen den Skiregionsimulator auf Echtigkeit. Auf Echtigkeit, ja, ich glaube es. Ja, willkommen bei BESCAM TV. Hier ist der Toni und wir testen heute sozusagen den Skiregionsimulator auf die Echtheit. Ich habe schon festgestellt, naja, die Pistenraupen, die machen nicht das, was sie versprechen, denn ja, man kann nicht durchfahren. Ich bin voll reingeknallt, leider war sie nicht durchfahrbar, aber die Lifte, ja, die fahren hier wie in echt. Und naja, ich will das einfach mal ein bisschen aufnehmen. Natürlich habe ich mir das Ganze ausgesucht auf einem kleinen Ziehweg, denn jetzt die Piste runterzubrettern mit dem Handy in der Hand ist immer so eine Sache, weil ich habe auch gerade keine Handschuhe an und keine Stöcke, wobei Stöcke brauche ich sowieso nicht. Ich bin der Skifacher, ihr habt das erkannt, richtig. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal. Und wenn ich mich auf die Fresse lege, dann wäre das ein bisschen äußerst lustig, aber ich denke, das passiert heute nicht. Aber es ist jetzt auch ein bisschen windig, da macht aber nichts. Ich würde sagen, wir brettern doch da vorne mal die kleine Piste runter hier, denn das klappt hier alles ganz gut. Heute ist ein bisschen buckelig, macht aber nichts. Schnee ist da. Ich bin der Name von Oberstdorf, für die, die es interessiert. Und naja, vielleicht soll ich mich schon zertrieren, so wie beim Spielen immer. Sonst fehlen wir hier nachher genauso wie überall anders auch. Mal ein bisschen langsamer tun. Und jetzt hier, oh, da haben die Snowboardfahrer mal wieder ordentlich zugelangt. Eine Runde auf den Letzterrutschen. Aber das macht ja alles nichts. Vollspeed. Das retten wir hier. Kriegen wir den Hummel. Springen. Und wahrscheinlich sieht das alles total unstretakulär aus. Denn mit Kamera in der Hand ist das jetzt schnell, aber normalerweise ist das natürlich langsam. Hier sehen wir noch mal den nächsten Teil des vier Gebietes. Wahrscheinlich nehme ich gerade die ganze Zeit gar nicht richtig auf. Und tue nur so, egal, wir fahren weiter. Nur für euch, der Skiregion Simulator im Real Life. Ja, genau das. Man zieht es gerade zu winken, übrigens. Mit der Kamera in der Hand. Die Leute aus dem Lift da oben gucken mich wahrscheinlich schon alle total richtig an. Macht aber nichts. Wir brettern weiter. Rechts, links, Mitte. Genau. Vorne kommt auch immer ein kleiner Hubbel. Den nehmen wir mit. Fan. Und schon kommen die anderen Fahrräder für uns voll in die Quere. Ja, das Problem habe ich öfter. Das macht aber alles nichts. Wie gesagt, mir ist kalt. Und zu kureden beim Pifan mit kalten Händen ist ganz schön anstrengend. So, da sind wir bei der Schneekanone. Die ist aus. Wir haben genug Schnee. Die wollte ich euch natürlich einfach nur zeigen. Im Endeffekt ist das Ganze auch nur ein kleines Spaßvideo, um uns zu belustigen. Im Urlaub. Und da unten bin ich auch schon gleich am Lift. Ich würde sagen, ich darf fahren wir noch. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr selber im Winterurlaub seid. Also, da sind wir am Lift. Das war der Toni. Realife. Beim Skifahren. Viel Spaß noch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. יל Cats как Vielen Dank.